All of this with the global warming, it's a hoax. It is the most pressing issue of our time. Ich finde es sehr cool, dass die Greta Thunberg jedem direkt ins Gesicht sagt, was sie denkt und nicht davor zurückschreckt vor irgendwelchen Autoritäten und dass sie immer für ihre Zukunft einsteht. We will not stop until we are done. Ich finde es sehr cool.